Jo, Leute, was geht? Euer Schützefuzze wieder hier zu einem neuen Video und heute gehen wir mal den neuen Pokémon Unite Patch durch, der jetzt am 4.8. live geht. Ich hab mir noch nicht wirklich was zu dem Patch angeguckt, ich hab hier und da mal Kleinigkeiten gesehen, ich wusste halt, dass morgen Patchtag ist und jetzt gibt's halt auch schon, ja, die News auf der Pokémon Unite Seite. Ich hab selber noch nicht wirklich halt durchgeguckt, hier und da hab ich schon so ein paar Sachen gelesen, dass es auch kleine Gengar-Nurfs und sowas gibt, aber ich dachte, wir gehen das einfach mal zusammen durch. Hier aber dann gleich meine erste Reaktion darauf und ja, dann haben wir uns direkt den ganzen Patch angeguckt. Wir fangen einfach mal an. Erstmal hier mit den Update-Details, wir sehen, okay, Bug-Fixes, Text-Fixes, das ist erstmal uninteressant für uns. Ich hab so selber noch nicht so viele Bugs erlebt oder nicht gemerkt, deswegen, ja, Bug-Fixes, ja, sind für mich erstmal uninteressant. Es wird ein Spectator-Mode geben, Spectator-Feature-Test-Release, okay. Okay, werden wir dann, oh, für zwei Tage haben, also es wird ein Spectator-Mode gibt für zwei oder beziehungsweise vielleicht drei Tage, weil, ne, der vierte, fünfte und sechste. Ähm, ja, könnte interessant werden, gerade wenn es später mal E-Sport gibt. Für E-Sport wäre das halt ideal, ne, dann, ähm, irgendwie musste man ja bei den Spielen zuschauen. Und ich find's auch cool, wenn man das vielleicht so einführt, dass man sieht, okay, man sieht die Master-Rang-Liste und, sagen wir mal, die Top-100-Spieler, die kann man anklicken und dann sieht man, ob die gerade vielleicht In-Game sind oder so. Dann könnte man sagen, ah, nice, die Person ist In-Game, schau ich doch direkt mal rein. Sowas würde ich persönlich cool finden. So, fangen wir an. Charizard. Der Flamestrawer Krudum wurde heruntergenommen. Also, Glurak, ne, für die, die da mit den Namen vielleicht Englisch-Deutsch ein paar Probleme haben. Ähm, der Effekt auf gegnerische Pokémon ist stärker. Dann der Fire Punch, da ist auch der Effekt stärker auf gegnerische Pokémon und beim Fire Blast wird er cool und reduziert. Und der Effekt ist auch wieder stärker auf gegnerische Pokémon. Also, Glurak, richtig wichtig, braucht den Buff. Und man sieht ja hier, der wurde durch und durch gebufft, es gibt keinen Nerf oder irgendeine Anpassung sonst noch. Ist einer der schlechtesten Charaktere jetzt gewesen. Braucht er unbedingt den Buff, hoffentlich sieht man jetzt ein bisschen weiter oben. Aber das Problem ist, wir sehen ja hier keine Zahlen. Das stört mich auch so ein bisschen gerade an den Patch Notes. Dass wir einfach nicht wissen, okay, wie viel stärker wird er denn gemacht? Wird er so viel stärker gemacht, dass er die Gegner berührt und die fallen um? Oder viel stärker? Ich denke mal, die üben sich an leichten Anpassungen. Weil das Spiel fühlt sich trotzdem relativ balanced an. Aber sowas wie Glurak muss da halt einfach ein bisschen gebufft werden. Tut ihm bestimmt gut. Ich hoffe einfach nur, dass es halt wie gesagt nicht zu stark dann ist am Ende. Glurak konnte zwar ruhig schon einen stärkeren Buff gebrauchen, aber wir sehen das ja dann erst alles morgen, beziehungsweise das Video online kommt sogar heute. Ich glaube, genau wenn das Video online kommt, sollten gerade die Patches durch sein auf dem Server. Und ihr könnt direkt sozusagen nach dem Patch Notes spielen, die ich hier hochlade. Und dann habt ihr direkt das aktuelle Spiel, wie die das Video dann zufälligerweise sehen. Ähm, ja. Harlan Flame. Also Fiora. Fiora, glaube ich, heißt er im Deutschen. Ähm, Acrobatics, nur Damage zu gegnerischen Pokémon wurde er erhöht. Bei Aerias, Ace. Im englischen Namen von Pokémon-Attacken. Ne, da bin ich ganz schlecht drin. Wird er auch der Damage erhöht, auch wenn man das dann geupgradet hat, die Fähigkeit. Wird das nochmal erhöht im Late Game. Fly, Damage, äh, die Top-Opion-Pokémon-Increase. Also der wurde auch nur durch und durch gebuft. Ist vielleicht ein bisschen viel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Außer natürlich, das ist die Fähigkeit, die man nicht spielt. Ich habe ihn halt selber nie wirklich gespielt. Habe ihn halt bis jetzt nur gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht die Fähigkeit ist, die man halt eher weniger mitnimmt. Dass die einfach verstärkt wurde. Weil es ist ja so, dass man ja immer zwei Wege gehen kann. Und ja, auf jeden Fall braucht er der Charakter auf jeden Fall einen Buff. Mal schauen, wie sich das bei dem Charakter drauf auswirkt. Weil, es gibt hier und da gute Spieler mit ihm. Aber viele können den Charakter, glaube ich, einfach nicht. Da ist er das Problem. Also ich habe selten mal einen guten Talon-Flame gesehen. Aber ja. Nun kommen wir zu Venusaur oder zu Pisaflor im Deutschen. Die Sludge-Bomb-Damage wurde erhöht. Der Effekt auf gegnerische Pokémon wurde erhöht. Paddle Dance, äh, Move-Upgrade. Okay, Move-Upgrade, keine Ahnung, ne. Solarbeam, cooldown-reduced. Sehr, sehr cool, weil ich finde, mit Pisaflor, ich habe den Solarbeam gerne gespielt dann. Und, ja, ist halt teilweise, in Anführungsstrichen, schwierig zu treffen. Man kann es immer meistens noch dodgen. Ist halt so die Hauptfähigkeit meiner Meinung nach von einem Pisaflor. Sollte es halt sein. Ein Solarbeam, Solarstrahl. Und ja, finde ich gut, dass da der Kudor ein bisschen runter geht. Der Unite-Move, äh, Damage-Liter-Opusing-Pokémon-Increase, also auch der Schaden an gegnerischen Pokémon wurde hier erhöht. Sehr, sehr schön. Pisaflor ist auch einer der schlechtesten Charaktere gewesen. Hoffentlich, wie gesagt, geht es nicht zu weit hoch, dass die jetzt plötzlich, äh, dass jetzt Glurak, Pisaflor im S-Tier sind und die anderen jetzt alle runterrutschen. Ich hoffe, die werden einfach so angepasst, dass man sagen kann, okay, Glurak, Pisaflor sind jetzt gute A-Tier-Picks, fertig, ne. So, dass halt, dass man halt wirklich sehr, sehr, also das Spiel ist halt wirklich meiner Meinung nach schon sehr balanced. Und das Ding dabei ist einfach nur, wenn das Spiel zu balanced wird und nichts mehr stärker ist, als das andere ist, dann macht den Leuten das irgendwann keinen Spaß mehr. Da müssen, das müssen die natürlich auch beachten. Aber ja, die Balance-Patches waren ziemlich wichtig. Absol, äh, Basic-Attack, hier gibt es auch einen Bug-Fix, ja, keine Ahnung. Night Slash, Damage-Liter, also auch wieder zu gegnerischen Pokémon, das wurde erhöht, der Damage. Night Slash ist auch, glaube ich, sogar die Fähigkeit, die ich immer mitgenommen habe. Damit markierst du den Gegner und, glaube ich, kannst dreimal ihn angreifen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Ähm, ja, ist okay. Kann man ruhig nochmal buffen, weil Absol ist halt einfach nur ein Gamble-Charakter. Und wenn er sein Gambling durchkriegt oder wenn man halt Day-to-Win Absol spielt, so nach Motto. Das habe ich erst jetzt, ähm, bei dem YouTuber Razer gesehen. Der hat eine Item-Tier-List hochgeladen, die habe ich mir angeguckt. Der meinte auch, es gibt halt, es gibt halt ein Item, damit erhöhst du halt deine Crit-Rat und dein Crit-Damage. Bei Absol, wenn man das auf 30 levelt, das ist halt einfach okay. Habe ich dort gesehen. Ja, okay, wenn er dann halt noch auf seinen Fähigkeiten stärker wird. Und, ja, schwierig. Sucker Punch hat man, glaube ich, nicht mitgenommen oder nie mitgenommen, weil es einfach viel zu schwach war. Ja, jetzt würde da auch der Damage erhöht. Jetzt ist halt wieder die Frage, wie viel lohnt es sich? Ist es jetzt eine Option? Weil das Problem ist bei den meisten, äh, Charakteren, ist es wirklich so, es lohnt sich eigentlich jede Runde immer wieder den gleichen, gleichen, gleichen Pfad zu gehen, weil der andere viel zu schwach ist. Das ist halt im Moment das Problem bei Pokémon Unite, dass du halt dein Standard-Build hast und deswegen, äh, ja, hast du da halt ein kleines Problem. Wigglypuff, Knuddeluff, ne, so Folling Stats, ähm, have been increased, okay, liegt auf, äh, Defensive, äh, Spezial-Defensive und HP wird gebufft bei, äh, Knuddeluff. Knuddeluff hat er ja das, oder hat an sich das Problem, Knuddeluff kann halt irgendwie nicht viel machen. Und es ist halt so eingeschränkt auf seine Nachkampffähigkeiten, oder größtenteils, dass es halt einfach, ja, schwierig ist. Double Slap, ähm, da wurde der Schaden erhöht, okay, und der Effekt auf die Gegner wurde, äh, erhöht, super. Der Sing-Effekt wurde, ähm, ist nur stärker. Und der Dazzling-Gleam, da gibt's Bug-Fixes, Bug-Fixes, wie gesagt, ne, keine Ahnung von, was da genau gebug-fixed wird. Das wird uns ja leider hier nicht beschrieben. Und wie gesagt, wie stark Charaktere werden, wissen wir hieraus leider auch nicht, sonst werden wir halt dann durch Spielen erfahren. Was immer noch sehr, sehr schade ist. Eldegos oder Kotomi im Deutschen, äh, Cotton Guard, der Cooldown wurde erhöht. Und die HP-Regeneration wurde ein bisschen heruntergenommen. Schade eigentlich, weil Eldegos war halt so der Healing-Supporter und, keine Ahnung, ist halt so der einzige Charakter, der das kann, irgendwie, das hat keine andere Option. Aber daneben die Fähigkeit Cotton Spore, sehe ich gerade, wurde der Cooldown reduziert. Ähm, der Effekt auf Gegner ist nun stärker. Und der Move, ähm, erhöht, äh, oder erhöht generell die Verteidigung, Spezial-Verteidigung. Und jetzt ist es so, dass es halt stärker noch höher erhöht wird. Und die Ulti von, äh, Kotomi wurde ein bisschen genervt. Die HP-Regeneration ist jetzt auch niedriger, ist okay. Dann nimmt man vielleicht irgendwann jetzt nicht mehr Cotton Guard mit, sondern eher Cotton Spore. So, muss man dann einfach mal testen. Finde ich sehr interessant hier, ne, bei Kotomi, würde ich mir dann denken, dass vielleicht beide sogar ungefähr gleich stark gemacht werden. Dass du wirklich vielleicht entscheiden kannst, okay, die Gegner geben uns vielleicht lieblich, oder die haben so viel Power, dass wir vielleicht eher defensiver oder so brauchen. Oder die müssen alle an uns ran und dann kommen die halt in unserem Kotomi-Kreis halt sehr, sehr nah an uns ran. Dann lohnt sich das hier vielleicht mit dem Effekt, ne, aber auch wenn die Gegner vielleicht nur Range-Charaktere haben, sollten wir vielleicht Cotton Guard gehen oder irgendwie sowas. So denke ich mir das auf jeden Fall. Cinder Ace, oder im deutschen Libero, ähm, wurde auf jeden Fall auf Attack genervt. Wichtig, finde ich. So unfair teilweise, so viel Schaden kam da raus. Der Blaze Kick, äh, da wurde der Damage runtergenommen. Bei Feint, Move Downgrade, keine Ahnung, was Move Downgrade, wie gesagt, sein soll. Ist wahrscheinlich auch ein Nerf. Der Pyro Ball, äh, wurde, ähm, macht nun mehr Schaden an Gegner. Okay, also das ist wahrscheinlich auch wieder so, den Weg, den man halt eher weniger gegangen ist, wurde hier ein bisschen gebracht. Die anderen wurden ein bisschen genervt. Auf jeden Fall Libero brauchte einen kleinen Nerf. Hoffentlich, wirkt sie das nicht, also hoffentlich ist der Nerf wirklich klein. Weil ansonsten würde Libero ziemlich stark abfallen. Also denke ich mir auf jeden Fall, dass Libero sonst ganz schön stark abfallen könnte. So, jetzt kommen wir einmal zu Gengar. In Basic-Attacks gibt es einen Bugfix, keine Ahnung, wie immer, ne. Shadow Ball, ähm, der Schaden wird erhöht. Okay, Shadow Ball hat ja keiner gespielt. Das war ja das andere mit dem Gift, was jeder gespielt hat. Der Hex kriegt ein Move Downgrade, wie gesagt, Move Downgrade, keine Ahnung, was Move Downgrade genau heißt. Und hier Dreamweater Move Upgrade. Ja, also wird der Hex jetzt einfach schwächer, ist das jetzt, macht der jetzt weniger Schaden, was ist ein Move Downgrade, ne. Aber, ja, das ist halt ein bisschen schade, das ist schlecht geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, was ein Move Downgrade sein soll. Aber, ja, hoffentlich, ähm, kann, also keine Ahnung. Und das Problem bei Gengar ist halt, wenn er einen Gegner vergiftet hat, kann er ja seinen Hex spammen. Das verstehe ich halt nicht. Warum macht er dann nicht einen 3-Sekunden-Cooldown oder 4-Sekunden-Cooldown anstatt 8 Sekunden oder so drauf und gibt ihm dann halt trotzdem seinen Schaden, den er hat und dann, keine Ahnung, dass man halt ein bisschen länger kämpfen muss. Das ist halt das Problem bei Gengar. Gengar geht rein und wenn er dich einmal mit dem Gift getroffen hat, dann one-shottet er dich. Und dann denkst du dir so, ja, kein Outplay, äh, verfügbar, so nach dem Motto. Ich hoffe, daran wird was gemacht. Sieht halt danach aus, aber, ja, was genau gemacht wird, keine Ahnung. Seraora, Spark, Gebug Fixes, Wild Charge, das ist ja, ähm, glaube ich, der Sprung, den keiner mitnimmt. Und diese 3 Sprünge, die du mit Seraora machen kannst, weil die einfach viel zu langsam sind, äh, geht der Damage an den Gegnerischen Pokémon hoch und der Cooldown wird reduziert. Ist in Ordnung. Also, ich glaube, das ist das. Ich hoffe, das ist nicht bei der anderen Fähigkeit. Ja, sorry, aber, ähm, das wird auf jeden Fall gebufft, weil es keiner mitnimmt. Okay. Kann man machen. Und der Unite-Move, ähm, oh, wird genervt, was auch sehr, sehr wichtig war. Also, wir haben es ja öfter gesehen, ne, wenn man mit Seraora eh schon 2 Level hat, ist doch ich ein Jungle, und eh schon diese ganze Power hat, du dann einmal ein gegnerisches Team rein, das wo 3 Squishies stehen, also 3 Leute, so ein Attacker, sowas wie Pikachu oder sowas, wo du dann dir denkst, so, ja, da knall ich doch mal meine Ulti rein, drückst dann noch deinen Blitzkreis an und stellst dich halt neben dem, bis er dann wirklich final tot ist, wenn er, wenn du es überhaupt noch brauchst. Du kriegst halt einfach manchmal direkt einen Triple Kill oder sowas durch diese Ulti. Muss da auf jeden Fall genervt werden, sehe ich selber als Seraora-Main. Ähm, ich hoffe, also, ich denke, Seraora wird trotzdem noch in einem ziemlich, ziemlich starken Spot dastehen, weil er einfach von alleine mit diesem Blitzkreis genug Schaden macht. Also, die Ulti ist halt immer so, ist nicht nur das Sahnehäubchen, sondern auch noch die Erdbeere oben auf der Sahne gewesen. Jetzt hat man vielleicht noch die Erdbeere oben weggenommen. So nach dem Motto kann man das, glaube ich, ähm, vergleichen. Kramorant oder Orgel im Deutschen, denke ich, glaube ich, denke. Whirlpool wurde genervt, musste auch meiner Meinung nach genervt werden, wenn du mal CC'ed wurdest und dann der Whirlpool direkt kam, ist er einfach runtergetickt und fast tot. Also, der Whirlpool, ich hoffe, er kriegt nur einen kleinen Nerf, das reicht auf jeden Fall. Muss jetzt nicht übelst krass genervt werden. Ähm, ja, der Dive ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die auch wieder keiner mitgenommen hat. Hier wird die gebufft. Man hier wieder überlegt, okay, was von beiden nimmt man mit. Ist halt ziemlich interessant, was hier passiert. Dann einmal zu Marshaumai oder Marjump, die Basic Attacks, Bugfix, das ist, wie gesagt, wieder, keine Ahnung, Cross Shop, Damaged to Opposing Pokémon, und Decreased, hier wurde auch der Schaden runtergenommen und von Close Combat wurde der Schaden erhöht. Ist halt, Marshaumai ist halt ein schwieriger Charakter, ich hätte den gar nicht so wirklich genervt. Ich finde, der braucht noch ein bisschen Zeit, so. Es gibt sehr wenige Leute, die ihn spielen und ich finde ihn halt einfach nicht OP und einfach nicht, äh, zu schwach. Deswegen, er ist eigentlich in einem sehr guten Spot, hätte ich gar nicht so viel dran gemacht. Ähm, ja, und hier unten, sehe ich gerade, kommen nur noch Bugfixes. Ja, weiß ich nicht, meiner Meinung nach, hätte man Lucario vielleicht auch minimal, so einen kleinen Tick vielleicht nerven können, oder bei Ninja hätte man vielleicht noch einen Tick buffen können, im Early Game oder sowas. Naja, ist in Ordnung, dass man an denen vielleicht nichts macht. Bei Ninetales kann ich verstehen, da könnte man vielleicht eher nur nerven, aber wir brauchen halt auch einen ADC irgendwie, einen Attacker, und das hat halt Ninetales eigentlich die einzige Wahl. Schade ist, dass Pikachu hier nicht noch angepasst wurde. Pikachu vielleicht auch einen Tick stärker, sodass er mit Ninetales besser mithalten kann, und das wäre vielleicht noch cool gewesen, aber, ja, wir schauen erstmal, was uns jetzt der neue Patch bringt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, und, ja, wir sehen uns im nächsten Stream oder Video. Euer Shizu Fuzo.